Hallo und herzlich willkommen bei Red of Temple. Ich bin heute auf Diagnachen Ticket und heute wieder das Spiel Tales of Krim. Viel Spaß. Und los geht es, würde ich sagen. Ich habe schon ein bisschen angefangen. Mit dem Tutorial müsst ihr jetzt eigentlich auch gleich zu Ende sein. Hoffe ich. Ja, gut. Tutorial ist vorbei. Eigentlich habe ich das Spiel schon mal gespielt. Aber so wie so oft ist irgendwie mein Account nicht da. Was soll's. Dann werden wir uns jetzt mal so bisschen durchwuchstellen. Ist immer noch ein roter Punkt. Aber hier ist doch nichts. Ach da. Es geht noch weiter. Gut. Jetzt nicht mehr. Gut. Back. Dann mal Queste. Dailies. Nachrichten. Lesen. Noch mehr Nachrichten. Okay. 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 Mal später. Oh. Da ist auch ein roter Punkt. Oh. Eine freie Beschwörung. Da habe ich da schon. gehabt. So. I missed. Meine Heldin. Story. Oh. Ich mache da noch kein Update bei denen. Weil der ist schon auf Level 11. Dann würde ich lieber den hier. Ah. Hat der gerade keine Story gehabt. Ne. Der hat keine Story. Der Fuchs. Und den habe ich zweimal. Wo steht denn das Level bei denen? Ah. Hier. 11 von 100. 11 von 100. 11 von 100. 11 von 60. Sorry. Sorry. Das waren nur 80. Okay. Er hat 5 Sterne oder sie. Deswegen ist das der stärkste den ich muss Leveln. Vielleicht kriege ich ja später noch mehr. 5 Sterne Heldin. Irgendwann bestimmt. Nur wann ist die Frage. Er. 3 1 3 5 4 6 6 6 Ein Kartenset? Ach das, wenn man sich einloggt. Der erste Tag. 16. bis heute. Passt sogar. Okay. Hier muss doch irgendwo was sein. Ne, der rote Punkt ist weg. Quest. Fertig. Helden. Okay. Hier nochmal. Und hier nochmal. Der kriegt nichts, weil den hab ich ja hier schon mal. Ein 4 Sterne Held. Okay. Gut. Dann haben wir soweit alles. Und ich würde sagen, jetzt machen wir mal kurz die Quest weiter. Das ist ja bestimmt meistens immer Kampf, Kampf, Kampf. Das ist der, sag ich doch, Kampf. Das war 155. Wow. Wow. Ich möchte den Held haben. Mit den Level. Okay. 4 Adventure Stage 20. 10 hab ich. Also ich muss noch 10 Felder vor. Oder 10 Stages. 1 2 3 4 Okay, ein Job. Dann lassen wir erst mal mit den Helden noch sechs Felder. Eins. Zwei. Auch da hat jemand überlebt. Drei. Ja. 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 Fünf. Und die letzte Stage. Oh, ich hab mich angeknaschen. Na ja, dann darf ich ja. Gut. Gut. Die Sachen alle nehmen. Geht aber schnell hier. Drück's einmal drauf, dann öffnet sich das Fenster. Das Fenster. Oh, einen neuen Helden. Einen neuen Helden. Wie schön. Oh, viermal. Boah. Nein. Nicht bezahlen. Abbrechen. Hier steht. Man kann's nehmen. Und dann. Fünf. Ne, ne, ne. Pode 죄in machen. Bekum. thieves. Duarem. Pam. Duier. 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 Woah. Dora. Duier. 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 Ja. Ok. Jetzt sind gerade wieder so viele rote Punkte hier. Da weiß man gar nicht wo man anfangen soll. Oh, habe ich die alle gekriegt? Ach ja. Ich glaube immer die nehmen die so gold leuchtend sind glaube ich die beste. Ich weiß es nicht. Ich glaube es nur. Da war ja auch gerade jemand der rot geleuchtet hat oder hier pink. Der Quest wieder fertig. Die muss ich bisschen aufleveln. Ausrüsten. Ok. Den würde ich jetzt am liebsten löschen. Ok. Haben wir gemacht. Ausrüsten von dem Genie. Ich kann auch meine Wünste herausfinden. Hast du einen Puppet der Sprecher gesehen? Ausrüsten von dem Genie. Ich kann auch die ... Ich bin kein Sissy. Ich bin nur... Angst vor der Angst. Ich weiß es immer, was ist schneller. Der Füge zu verbrüllen oder die Erwerfende? Cowards! Good! Is this life necessary? Can't we- Have you seen a talking puppet? Spa. Okay. 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 Das Setting wollen wir ja erst noch stehen lassen, mache ich später. So. So. Das war's für heute. Ich hoffe mal kommt das Spiel auch wieder dran. Was habe ich den neuen Helm gekriegt? Vier Sterne. Vier, 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 vier. Okay. Ich habe schon zwei Feuer. Einmal da und einmal da. Die Nummer drei mit Feuer. Ja. Is this life necessary? Let me suit some blended firework for you. Ja. Gut. Dann sage ich erst mal. Das war's für heute. Wirklich. Betten in das Spiel. Und. Ja. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder seid. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Und dann wiedersehen. Ciao. Bis zum nächsten Mal.